Endlich ist es soweit. Lange haben die Spieler von Crusader Kings 3 darauf gewartet. Nun wurde mit dem neuesten Update die Möglichkeit freigeschalten, ein eigenes Dynastiewappen zu erstellen. Nicht nur das, sondern man kann auch die Startgrafschaften umbenennen und ebenfalls das Wappen individuell gestalten. Das sollte gerade das Spandauerherz höher schlagen lassen. Wie ihr das könnt, wo ihr den Editor findet und was ihr alles mit diesem machen könnt, schauen wir uns in diesem Video an. Wo finden wir den Wappeneditor? Dazu müssen wir zuerst ein neues Spiel starten. Wir klicken also auf neues Spiel und es ist eigentlich egal in welchem Zeitalter wir starten. Wir klicken hier links unten auf dieses Symbol drauf, damit wir einen anderen Herrscher auswählen können. Nach einer kurzen Ladezeit befinden wir uns auf der Karte, wie wir sie schon kennen und wählen jetzt eine Grafschaft aus. Das spielt keine Rolle, welche wir dann nehmen. Wir klicken einfach irgendwo rein, die wir eben nehmen wollen. Wir nehmen in diesem Falle mal das Beispiel Ansbach. Dann gehen wir hier unten, rechts unten, über den Beginnen-Knopf steht Erschafft euren eigenen Herrscher. Da klickt er drauf und dann sind wir auch schon im Herrschergestalter und da finden wir auch den Dynastie-Editor. Wir haben einmal hier den Dynastie-Editor und einmal hier die Möglichkeit auch die Grafschaft zu bearbeiten. Dafür klickt man einfach hier auf diese Feder und schon können wir in den Editor einsteigen. Wir befinden uns jetzt im Wappeneditor und können unsere Dynastie zuerst umgestalten. Das heißt, wir können hier oben einen Namen eingeben. Wir können es auch zufällig auswürfen lassen, falls wir keinen Namen haben. Und wir können auch diesmal zum ersten Mal von Anfang an ein Motto eingeben. Sollten wir hier nichts eingeben, dann starten wir ganz normal mit einem zufälligen Motto. Wir sehen hier im Übrigen, wie unser Wappen aktuell aussehen würde, sowohl für unsere Dynastie als auch für die Grafschaften, Baronien oder ähnliches. Und wir sehen auch neuerdings, wie unsere Truppen aussehen würden, wenn sie eben dieses Wappen nutzen würden. Auf der rechten Seite finden wir verschiedene Buttons, die wir benutzen können. Einmal können wir hier von vorne beginnen klicken. Dann kommen wir direkt in den Editor rein und beginnen mit einem komplett leeren Feld, was wir bearbeiten können. Sollten wir uns dieser aktuelle Entwurf aber zusagen, dann können wir auch den bestehenden Entwurf bearbeiten, indem wir hier draufklicken. Rechts unten finden wir die Möglichkeit, das zufällig auszuwürfen. Da können wir mal draufklicken. Dann gibt es hier eine zufällig erstellte Vorlage, die wir dann ebenfalls bearbeiten könnten. Sollten wir mit einem Wappen zufrieden sein, dann können wir hier auf in die Zwischenablage kopieren klicken. Und schon bekommen wir es in die Zwischenablage kopiert und können es dann, falls wir es in einem anderen Spielstand wieder verwenden möchten oder jemand anderen es senden möchten, damit er es auch nutzen kann, in eine Textdatei speichern. Das ist genauso wie beim Charaktereditor. Damit können wir das dann eben abspeichern, sodass wir es auch nutzen können. Dafür klickt man einfach, wie gesagt, hier auf in die Zwischenablage kopieren und kopiert das dann, also fügt das in ein Dokument, in ein Textdokument ein. Und man hat alle Daten. Sollte man es dann wieder verwenden möchten, dann kopiert man sich das aus dieser Textdatei wieder raus und klickt dann hier auf in die Zwischenablage einfügen. Dann wird es wieder eingefügt und man hat dann ein Wappen, das man schon mal vorher bearbeitet hat. Sollte man nicht zufrieden sein, kann man einfach die Änderung wieder erwerfen. Dann klicken wir hier drauf. Sind wir zufrieden, können wir es auch hier abspeichern. Dann gibt es sogar einen Screenshot-Ordner, wo es dann abgelegt wird. Wir wollen aber jetzt erstmal ein Wappen bearbeiten und schauen uns das mal an, wie das aussieht, wenn wir von vorne anfangen. Dafür klicken wir hier oben drauf. Nun befinden wir uns im vollständigen Wappeneditor und wir haben hier eine Vielzahl an Möglichkeiten, um unser Logo zu gestalten. Sie ist wirklich sehr individuell gestaltbar, was sehr, sehr cool ist. Wir können am Anfang hier unseren Hintergrund auswählen. Da gibt es hier verschiedene Vorlagen. Wir können die Farben einstellen. Wir können auch sagen, okay, wir wollen einfach nur ein mattes Schwarz haben. Wir können hier auf die Farben draufklicken. Dann haben wir hier eine Vorauswahl an Farben. Wir können aber auch hier auf dieses 3 klicken und dann können wir das individuell gestalten, falls wir eine bestimmte Farbe haben wollen, wie beispielsweise diese Farbe hier. Das ist jetzt keine so wunderschöne Farbe, aber wir sagen mal, das ist genau die Farbe, die wir haben wollen. Dann klicken wir wieder auf Muster und wir können das hier dann auswählen, falls wir da irgendwas ändern wollen, weil wir sagen, okay, wir wollen Karo-Muster. Aber wir bleiben erstmal dabei. Wir können jetzt oben rechts in der Mitte auf Aufbau klicken und können dann auswählen, wie das Logo, das wir hier aktuell in der Mitte sehen, aufgebaut ist. Wir können es entfernen, dann gibt es kein Logo. Wir können einfach hier draufklicken, dann haben wir ein einfaches Logo, was wir hier in der Mitte haben. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie beispielsweise das hier. Dann wird das eine Logo, was wir hier ausgewählt haben, vervielfältigt und eben in dieser Konstellation aufgelistet. Es gibt da, wie gesagt, auch noch andere Möglichkeiten. Man könnte es auch so machen. Das hier gibt es auch. Es gibt hier verschiedene Sachen. Man sollte das hier auf jeden Fall auswählen, damit man das Abzeichen überhaupt bearbeiten kann. Sollten wir beispielsweise das hier wählen, dann können wir nicht hier oben rechts auf Abzeichen klicken. Deswegen klicken wir hier mal drauf und ihr müsst keins dieser anderen auswählen. Es reicht rein theoretisch, wenn man das hier auswählt, wenn man mehrere Sachen auswählen möchte. Wir klicken jetzt oben rechts auf Abzeichen und schon sind wir im sehr, sehr vielfältigen Editor, wo wir eine Menge tun können. Wir haben hier verschiedene Sachen. Wir haben hier einmal das Logo, das wir aktuell hier drin haben. Das ist auch das, was wir aktuell bearbeiten. Und wir haben hier eine Auswahl an sehr vielen verschiedenen Möglichkeiten. Allein hier bei den Tieren sind sehr viele verschiedene Elemente, die wir nutzen können. Es gibt auch andere Dinge, wie beispielsweise Muster. Da sehen wir auch sehr viele. Das hier ist übrigens sehr, sehr praktisch, um sehr detailliert zu arbeiten, denn man kann mit diesen Rechtecken und mit den Dreiecken, die wir hier haben, kann man sehr viele Dinge bearbeiten und sehr ins Detail gehen, wenn man das möchte. Wir können aber, wie gesagt, noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Das ist so das Einfache. Wir können hier oben rechts auf die Feder klicken. Da steht auch schon Detailanpassung. Da klicken wir jetzt mal drauf und wir sind in diesem Menü. Das zeigt an, welche Elemente wir aktuell eingefügt haben. Aktuell haben wir nur dieses Symbol hier. Wenn wir auf die Feder draufklicken mit dem Linksklick, dann kommen wir in das Detailmenü rein und wir könnten jetzt beispielsweise hier an der X-Achse das Symbol verschieben. Da sehen wir, das können wir dann so machen, wie wir möchten. Und auf der Y-Achse könnten wir das genauso machen. Wenn wir beispielsweise sagen, okay, wir wollen es so leicht versetzt hier oben in der linken Ecke haben, dann ist das fein. Wir können auch die Größe bearbeiten. Falls ihr die Proportionen beibehalten wollt, klickt hier drauf. Dann bleibt die Proportionen gleich. Das heißt, ihr habt immer noch die gleichen Proportionen. Falls ihr sagt, okay, ihr wollt das so ein bisschen eindrücken oder ein bisschen hier dünner machen, dann könnt ihr das ebenfalls machen. Dann braucht ihr nicht drauf zu klicken. Falls ihr sagt, okay, ihr wollt das wieder rückgängig machen, was die Proportionen angeht, klickt einmal hier drauf, dann sind die Proportionen wieder gleich. Also da braucht ihr euch keine Sorge zu machen. Ihr könnt sogar das Symbol hier drehen. Das sind so die Möglichkeiten, was das angeht. Ihr könnt auch hier die Farbe ändern, wie bei der Hintergrundfarbe, könnt ihr dann hier individuell die Sachen gestalten und auswählen. Falls ihr sagt, okay, ihr wollt jetzt hier eine schöne Türkisfarbe, dann könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt jederzeit auch das Emblem wieder wechseln. Falls ihr sagt, okay, ich will jetzt lieber diese Fledermaus haben, weil die gefällt mir besser, könnt ihr das machen. Wir sagen jetzt mal, wir behalten diese Fledermaus, klicken dann hier oben links neben der Fledermaus auf dieses Dreieck und schon kommen wir wieder in diesem Menü zurück. Ihr sagt jetzt, ihr seid noch nicht zufrieden damit, weil ihr gerne noch was anderes drauf haben möchtet. Ihr klickt dann hier oben auf das Plus. Dann habt ihr ein weiteres Logo. Dann klickt ihr wieder auf die Feder und könnt hier was anderes auswählen. Wie beispielsweise, ja, warum nicht, nehmen wir mal den Eberkopf hier. Da könnt ihr dann auch wieder verschiedene Sachen einstellen, so wie ihr eben lustig seid. Das liegt ganz bei euch. Wir machen das auch mal. Wir packen das mal ein bisschen weiter hier. Sieht doch wirklich super schick aus. Falls ihr mit einem Symbol nicht zufrieden seid, dann könnt ihr auch hingehen und mit Rechtsklick, wenn ihr hier auf die Feder mit Rechtsklick draufklickt, ist es auch wieder weg. Dann habt ihr hier erstmal wieder Platz geschaffen und das Symbol ist dann auch wieder verschwunden. Wenn ihr dann zufrieden seid mit eurem Logo, dann könnt ihr hier auf Fertig klicken, beziehungsweise hier auf Zurück und dann hier auf Fertig und dann ist das so gespeichert. Wie gesagt, ihr könnt auch hier noch die Sachen eben so abspeichern, wie ich es gerade eben gesagt habe, damit ihr es auch später wiederverwenden könnt. Aber wenn ihr damit für euren Spielstand zufrieden seid, klickt ihr auf Fertig und ihr seid wieder im Charaktereditor. Das gleiche könnt ihr, wie gesagt, auch hier beim Titel anpassen machen. Dann könnt ihr hingehen und einfach das gleiche hier machen. Ihr könnt theoretisch auch hier die Dynastie kurz hier über hier kopieren. Geht hier drauf und macht dann auf Einfügen und schon hat eure Provinz das gleiche Logo. Ihr könnt sogar eure Farbe einstellen, wie es auf der Karte angezeigt wird, was auch sehr, sehr schön ist. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt jetzt hier, weil ja jetzt hier einen schönen, ja, Türkis, ist vielleicht nicht so ungefähr, ihr wollt gerne auf der Karte so angezeigt werden, dann werdet ihr so auf der Karte angezeigt. Ihr könnt, wie gesagt, auch hier die Namen bearbeiten, wenn ihr sagt, okay, Ansbach gefällt euch nicht oder Berlin wollt ihr nicht, sondern Spandau, dann könnt ihr das einfach so machen, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe mich persönlich auch schon ein bisschen ausgetobt, was die Gestaltungsmöglichkeiten angeht mit dem Editor. Das macht wirklich sehr viel Spaß und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere wirklich schöne Kreationen zaubern kann. Und wenn man sich da auch ein bisschen Zeit lässt, kann man da wirklich sehr ins Detail gehen und da wirklich schöne Wappen erstellen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war es von eurem Kumpas, der Kartoffelretter.